Von wegen Rentenkürzung, wegen verfassungswidrigen Bundeshaushalt. An die Renten traut sich niemand heran. Ganz großes Tabu. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich zeige es Ihnen gleich mal auch zu Ihrer allgemeinen Beruhigung, dass die Bundesregierung in keinster Weise vorhat, hier an die Renten heranzugehen, wie es ja auch von Seiten der FDP gefordert wird, sondern hier geht doch wirklich niemand ran. Das letzte Tabu der Ampel, so titelt auch der Tagesspiegel, an die Rente traut sich wirklich niemand mehr heran. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man das hier sieht. Ein Großteil der Staatsausgaben, das ist klar, gehen ja in die gesetzlichen Rente. Projekte wie die Mütterrente oder Rente mit 63 werden da auch mitfinanziert, aber auch zum Teil beitragsfinanziert. Aber an diese Töpfe traut sich die Ampelregierung nicht ran. Denn eines ist klar, wer an die Rente mit 63 rangeht, wer an die Mütterrente 1 und 2 rangeht, der verliert seine politische Zukunft in Deutschland, dann wird es in Deutschland heiß hergehen. Dann werden wir hier schlimme Dinge im Bundestagswahlkampf erleben. Die SPD, die Grünen und die FDP würden in die absolute Bedeutungslosigkeit versinken. Wir haben ja aktuell schon Zahlen, dass die SPD bei rund 14 Prozent liegt, wenn heute Bundestagswahlen wären. Die FDP wäre sogar aus dem Bundestag raus. Bei den Grünen sieht es nicht wirklich besser aus. Auch die CDU und die CSU würde sich niemals wagen, hier an die Mütterrente 1 und 2 ranzugehen, was im Übrigen auch Kernprojekte ihrer eigenen Politik im Rahmen der Regierung Merkel gewesen ist. Die Rente mit 63 ist ein Auslaufmodell. Das wissen wir seit 1.07.2014. Ansteigende Lebensalter, Geburtsjahrgänge ab 1964, bekommen die Rente dann wieder mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Deshalb ist der Begriff Rente mit 63 auch völlig irreführend, denn eine solche gibt es als abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte nicht mehr. Also meine Damen und Herren, ich halte es wie der Tagesspiegel. Das ist ein absolutes Tabu. An diese Rente sollte man nicht herangehen. Das sollte man einfach sein lassen, denn dann gibt es hier richtig Ärger in Deutschland und das lassen sich Rentnerinnen und Rentner in Deutschland nicht gefallen. Da bin ich mir ganz sicher, dann wird es ein ganz, ganz böses Ende mit der SPD, der FDP, aber auch mit den Grünen im nächsten Bundestagswahlkampf geben. Also, beruhigen Sie sich bitte alle. Es ist nichts geplant. Kein Gesetzgebungsvorhaben ist geplant. Die Rente mit 63, die Mütterrente 1, Mütterrente 2 und ich sage sogar, die normale gesetzliche Altersrente, die Erwerbsminderungsrente, aber auch die hinterbliebenen Renten sind aktuell vorerst sicher. Davon gehe ich nach den mir vorliegenden Daten und Informationen aus. Lassen Sie sich bitte alle nicht von irgendwelchen substanzlosen Forderungen verrückt machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.